Am Wochenende herrscht Staugefahr auf allen deutschen Autobahnen. Das verlängerte Pfingstwochenende nutzen viele für einen Kurzurlaub. Bayern und Baden-Württemberg starten sogar in zweiwöchige Ferien. Deshalb ist die Staugefahr im Süden Deutschlands besonders hoch. Die größten Verkehrsstörungen erwarten Sie am Freitagnachmittag und am Samstag. Weitgehend freie Fahrt haben Autofahrer am Pfingstsonntag. Am Pfingstmontag ist wieder mit lebhaftem Heimreiseverkehr zu rechnen. Mit Staus müssen Sie vor allem rechnen auf den Fernstraßen zur Nord- und Ostsee, auf der A1 von Köln bis Lübeck und auf der A2 zwischen Dortmund und Berlin. Außerdem wird es voll auf dem Berliner Ring. Von dort aus kann es sich auf der A24 bis zum Dreieck mit Stock-Dosse und weiter auf der A19 bis Rostock stauen. Betroffen ist auch die A4 zwischen Kirchheimer Dreieck und Dresden. Zu Stop & Go wird es auch auf den beiden Nord-Süd-Verbindungen kommen, nämlich auf der A7 von Hamburg bis Füssenreute und der A9 zwischen München und Nürnberg. Belastet ist auch die A3 von Oberhausen bis Passau. Außerdem die A5 hat Macher Dreieck bis Basel, die A6 zwischen Mannheim und Nürnberg und die Strecke von Karlsruhe bis München. Auch auf der A61 Mönchengladbach bis Ludwigshafen und zwischen Stuttgart und Singen geht es zähflüssig voran. Im Süden ballt sich der Verkehr auf der Umfahrung München und von dort aus auf den Strecken nach Österreich, also zwischen München und Salzburg, der A93 Inntal 3 Kufstein und der A95 München-Germisch-Partenkirchen. Außerdem drohen Staus auf der A96 München-Lindau. Der Pfingstreiseverkehr quält sich auch durch das benachbarte Ausland. Besonders in Österreich ist viel los, da alle österreichischen Bundesländer ein verlängertes Wochenende haben. Die Stausstrecken sind in Österreich die West-, die Tauern-, die Inntal- und die Brennerautobahn. In Italien ist die Brennerroute belastet, außerdem die A23 von Villach bis Udine und die A4 Verona bis Triest. In der Schweiz herrscht Regerverkehr auf der Strecke St. Gallen bis Bern, auf der Gotthardroute und auf der St. Bernardino-Route. Falls Sie ins benachbarte Ausland reisen, denken Sie an Ihre Ausweispapiere. Bei der Rückreise nach Deutschland finden Grenzkontrollen statt. Stellen Sie sich deshalb auch auf längere Wartezeiten ein und informieren sich schon vorab über Ausweichrouten. Schauen Sie nach vorne. Kommen Sie gut an.